So weiter geht's. Wisst ihr wie es geht nun? Triebisch freudig. Man kann das nur mit fremder Hilfe machen. Warum? Wie geht das? Soll ich mal rasten? Wieso? Soll ich mal rasten? Kommt mal raus. Soll ich mal rasten? Nur wegen dem Hebel. Nur wegen dem Hebel. Achso, wir müssen jetzt hier rein. Loll. A running, a running building. He the key to open. A running, a ruined building. Alter, kannst du mir mal sagen, wie ein Checkpoint ist? Ne. Hättet's auch gar nicht. Das ist kein Gay Checkpoint. Vor allem, wie will ich nicht dort hochkommen? Alter, kannst du mir das erklären? So hier. Ja, genau so hier. Irgendwie. He? Man scharfe will. Äh, check. Nein, nein, Chris, nicht. Was geht das hier an? Alles ist scharfe will. Mit Schäden. Wie soll das gehen? Man muss das so machen, man muss nicht genau so und dann irgendwie rennen und springen. Ne, das geht nicht. Muss aber. So. Sonst schicken wir uns hoch. Sonst schicken wir uns hoch. Ey. Ich bin da weit... Oh, ne, jetzt ist hier schon wieder so eine Peninstelle. Ja, ich glaube einfach hier draußen rum. Das bringt. Ja, hast recht. Ja. Ich hab mir so einen Tonic. Herr, was? Scheiße. Alter. Was ist, Audrey? Was machst du? Was steht hier? Yes. The ones with the troll faces are made of piss of you. I'm made to piss you off. Jetzt wird's selber. Warum? Du kannst einfach am Fenster langlaufen. Fuck. Ich glaube einfach, wenn wir draußen sind. Ist besser, ja. Ja. Was ist denn da? Nee, da kann man... Hier kann man nicht dran. Also muss man da rüber trainieren. Mach du mal zuerst. Oh, nice. Boah. Schwanz. Hä, jetzt da rüber? Hä? Hä? Ticken. Brungen's save? Nee, na. Nee, halt nicht. Boah, heulig, Alter. Ey, was ist denn? Man muss so drüben von dem Brück gehen. Oh, du hast die Prämie gemacht. Oh, aufüber. Geschafft. Checkpoint. Checkpoint. Das TP nicht einfach. Ja, hier ist Wasser. Okay, Checkpoint. Wieso, ich bin oben? Ist ja irgendwo ein Checkpoint. So ein WatchTV. Alter! Erol. Jetzt? Classic, wie soll das gehen? Und wieder hoch. Hä? Ah! Ja, das war so. Und jetzt? Ja, da eben. Da rüber. Hast du geschafft? Ja? Wie die, ich? Ne, ich hab nur da rum. Hä, da rüber. Ja, na klar. Wie wieses das sonst macht? Hä? Hä? Benut dich das Schaffen überhaupt nicht. Na ja. Also, Mann, ich wurde ausgepräumt. Hey. Ja, ich hab's. Wie? Du musst schon oben rennen. Also, du musst hier oben schon anfangen zu rennen und dann... Nein, du musst nur da drauf sein, auf dieses Ding, was du runtergeklappt hast. So. Ja, okay, hab ich. Hä? Wie jetzt? Dann klost du ein Rennen und dann erst auf dem Trapdoor rennen, abspringen. Ach so. Kein Schuh. Oh nein, kein TV hier drinnen. Wie traurig. Alter, Mann, der Zaun bremst... Der Zaun bremst nicht irgendwie die ganze Zeit aus. Alter, kommst du mal, Adrian, dann? Ja, ja, ich bin hier bei dem, warum? Alter. Und wo jetzt hin? Leiter hoch. Da, wo die Leiter ist. Ach, jetzt so. Alter. Aber was soll die eigentlich bei McDonald's? Scheiße. Chicken Nuggets kaufen. Wir machen das alles hier nur, um... ...zu McDonald's zu kommen. ...und Chicken Nuggets zu essen. Sinnlos. Das hab ich grad nicht gecheckt, aber ich weiß es jetzt. Scheiße. Wir werden dann dort weiterkommen. Ja. Wie hast du es geschafft? Am Zaun bis zum Anfelsen und dann Sprinten. Von hinten genauso. Klappt ja wirklich. Warte, ich fress mal was. Hier oben sind jetzt... ...ne Toilette. Sechis. Alter, ich schaff da nie hoch. Hoch. Ach, Gott sei Dank. Hier oben. Ja, eine Toilette, eine Toilette. Ey, warte doch mal. Warte auf mich. Saver. Saver. Wie weit sind wir denn eigentlich schon? Hier müssen wir jetzt auf die Wolken jumpen. 30. Und Wolken jump ist geil. Äh, ist das Ukrainer, oder? Ja. Oder was weiß ich. Hoch. Well, it's a long drop. Sechis. Äh. Hallo. Ähm. Müssen wir jetzt da runter, ey? Hä? Siehst du mich verarschen? Wir müssen, glaube ich, hier an der Seite lang. Genau, Luki. Ja, genau. Wir müssen über den Regenbogen. Ja. Ey, Atran, da hast du... Auf dem Regenbogen. Das wollte ich schon immer mal machen. Atran, da hast du mich... Nein, ich war in Ruhe. Sechis. Atran, hier wollte ich... Hier wollte ich, dass du mich da hochjumpst. Checkpoint. In der End des McDonalds. Ah! Welcher Vogel, Alter. Ich. Du Hoden. Jetzt haust du dich auf. Ich hab auf McDonalds geschlagen. Gut, dann gab's du. Guck mal, da waren wir vorhin schon mal. Guck mal runter. Das müsste euch bekannt vorkommen. Hm. Sehr bekannt. Guck mal runter. Kennt ihr das noch? Nein! Adrian, komm mal her und dann frag mich mal, ob ihr das noch kennt. Das ist jetzt die höchste Stelle, von der ich runtergefallen bin. Guck mal, kennst du das noch, oder? No. Da waren wir doch am Anfang. Genau. Dicken. Diese Map läuft also sozusagen in einem Kreis. Hier steht jetzt übel Pinkie Pie. Pinkie Pie. Oh my God. Pinkie Pie. Ah! Pinkie Pie! Ach du Scheiße. Da hat sie... Now try to climb up to this building to find your way out. Was? Guck mal. Beat all the signs. They are important. Ja, sehr important sind die Schilder hier alle. Ja, vielleicht steht auf irgendeinem was wichtiges. Ja! Hier steht was. Now mal. Und da steht Pinkie Pie. Sexy. Ah, der wird schon nicht draufstehen. Haha. Ich hab uns grad Saved gemacht. Alter. Ey, cool. Hier ist ein Baum mit 32 Pfeilen. Was? Ey, Adrian, eine Gäste hier. Wo? Wo? Sag mal neun davon. Ey, apropos Pfeile, ich hab fünf. Ich hab 64. Ich hab 64. Chris, hier, ich geb... Wir müssen hier runter. Runter? Nö. Oder müssen wir hier runter? Bad Checkpoint. Ey, komm mal schlafen. Wo seid ihr? Hä, wo seid ihr? Na, hier. Da drüben ist einer. Hier bei mir. Warte, wo seid ihr? Hier. Halbes Leben. Halbes Leben. Ey, wo seid denn ihr lang? So ne Treppe runter. Ne Treppe? Ich bin der letzte Mal, wo du das Boden holst. Hallo. Das ist nirgendwo. Treppe. Tja. Ach, hier die Treppe. Aha, und jetzt? Ich bin nicht auf dem Wolken wieder. Ich nehm den hier. Ach, ganz liebend. Adrian, wo bist denn du? Oben. Beim Lukas. Hast du dich hochgeportet? Nein. Ingejump. Kommt ihr mal. Ey, ich will aber pennen eigentlich. Naja, ich mach dir den Checkpoint. Du musst nicht pennen, wenn du den Checkpoint hast. So, stimmt, ja. Ey, noch weiter runter? Na, wie läuft es? Hey, you won't climb up here. You have to well. You have to well. Go down. Be careful, not die. Ey, dort unten sind wieder ein paar Magmas. And now your reward. Oh, nee. Ach, komm, neck mich. Was denn? Ja, guck doch mal, was da ist. Wo? Da. Hey, was ist denn wo? Kennt ihr das noch? Diesen Scheiß. Ach, meine Liebe. Alter, vor allem, wie will ich da rüberspringen? Ihr müsst, glaub ich, von den Leitern hier springen. Oh ja, ich glaub's auch. Ja, müsst ihr. Da schafft man's sogar. Alter, ich bin jetzt durch das Gate da durchgejumpft. Nein. Durchs Loch. Man kann auch hier, guckt. Man kann auch cheaten. Guckt mal zu mir. Wie denn das? Hier von der Leiter springen. Na, alles geht. Chris kriegt's gar nicht viel mehr auf die Reihe. Ich krieg's nicht. Alter. Nein! Ich bin mein Letztro, so in der Fall. Boah, Gott sei Dank. Alter, jetzt kommen die Checkpoints aber am Band, Alter. Bandproduktion. Alter, darf ich mich hochzupillen? Nein, darfst du nicht. Next Level. Da müsst ihr jetzt aber auf mich warten. Ja, okay, machen wir. Next Level ist surprised easy. Even you find it nice, fun and easy. Kommst du, Erik, wartet mal auf Erik. Warum muss das hier hochspringen? Ernsthaft? Komm, Erik, komm. Ja, komm und jetzt. Mein, ich wollte das sehen. Ich bin. Komm, Erik. Komm, komm, komm. Only if you are fat old lady. Go. Am, 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 am. The cake. You in the case you don't... Warning. I didn't eat all the delicious cake. Ach du Scheiß, wir lest jetzt mal durch, bitte. What? One in one. Hi. It contains high calories so... Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. If you try. Man muss wieder von dem Kuchen springen. Äh, Kuchen sag ich schon. Yay, ich stehe auf dem Kuchen. Scheiß drauf. Kuchen. Kuchen. Oh. Hab man da nichts gemacht, musst du sagen. Ich spresse jetzt einfach mal Kuchen auf, ne? Nein, auf. Scheiße. Kuchen. Oh. Jetzt esse ich den Kuchen. Kuchen. Kann man nicht mal Kuchen essen. Ich glaube, wir kann man wieder cheaten. Genau so. Können wir cheaten. You are now covered in white cream. Alter, leck mich. Oh, heulig. Ey, ich hab's geschafft. Ja, ich auch. Ist jetzt hier irgendwie Kuchen auf? Uff. Nein. Nein. Auf, leckerlich. Jetzt bin ich wieder der Letzte. Nein. Oh. Komm, wir warten mal hier auf die. Ich bin da oben. Ach, fittisch, Adrian. Mach's auch, Eric. Er hat auch gecheatet. Niemals. Ich werde nie wieder aufgecheatet. Komm her, Eric. Checkpoint. Wo, 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 wo? Hör. Checkpoint, siehst du. Nein. Knopf, knopf, knopf. Knopf. Nein. Nein. Ey, geil, wenn man runter... Eric, leg den Knopf noch... Leg den Hebel noch mal um. Genau, leg den... Leg den Hebel mal um. Alter, wie kommt dir Magma-Schleimrohr her, Alter? Autsch. Farge. Du hast mich gerade geschlagen, Christian, aber... Einerseits danke, andererseits nicht, danke. Ja, mach. Scheiße. Oh nein, jetzt ist ne Wolke mit, Christian, ne Wolke. Geschafft, geschafft, geschafft. Lol. Für jeden Zwerender-Pars. Hallo? Alter, wo bin ich? G Durst. Ich habe die Bahn occupational này... Aber das ist... Ich sage... Ich sage... Ich sage... Pompspe西. Ich sage... Ich sage... S dachte...